Unsere VeChain-Kaufzone rückt näher. Wo diese liegt und was das jetzt noch für ein Abverkauf mit sich bringen würde in den kommenden Stunden und Tagen, schauen wir uns jetzt hier gemeinsam im Detail in diesem Video an. Und damit würde ich sagen, Servus und herzlich willkommen zum heutigen VeChain-Spezial-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute hier VeChain hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, sowohl natürlich über- als auch untergeordnet gehen wir hier auf die relevanten Szenarien und dementsprechend wichtigsten Targets ein. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es nicht geschehen auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Starten wir direkt rein, VeChain notiert hier aktuell bei den 4,55 Dollar Cent, damit gesehen auf die letzten 24 Stunden mit 2% im Plus. Wenn wir rüber gehen auf die letzten 7 Tage, sehen wir hier nochmal 9% im Plus mit einer Market Cap von aktuell 3,3 Milliarden US-Dollar, demnach hier auf Rang 42 Bitcoin Market Cap. Gehen wir direkt rüber ins Geschehen, starten rein auf dem VeChain-Chart und beginnen hier erstmal auf dem Daily-Time-Film, genau übergeordnet. Ganz kurz für die Personen, die neu auf dem Kanal sind, wir gehen hier einmal davon aus, dass wir hier einen Impuls bis zu unserem damaligen High bekommen haben, heißt hier eine grüne 1,2,3,4,5 mit der Extension in der 5, dementsprechend hier unsere weiße 1 mit dem High gefunden und sind dann hier sehr scharf abverkauft mit einer sehr scharfen C hier, mit der ABC nach unten, dementsprechend hier mit unserem Low unsere weiße 2 bereits gefunden. Wenn wir jetzt hier einfach mal unser Trend-basiertes Fibonacci Retracement anlegen über unser weißes 1,2, kommt hier unsere nächste Haltestelle rein beim 0,618er für diese weiße 3 oder je nachdem ABC natürlich auch möglich, würde hier starten bei den 35,9 Cent, das wäre uns von unserem aktuellen Preis an, hier nochmal ein Anstieg von circa 700 Prozent nochmal. Untergeordnet teilen wir unsere weiße 3 nochmal in den blauen Count, heißt hier eine blaue 1 bis zu unserem Top, diese mehr oder weniger primären Szenario kommen wir gleich nochmal dazu, gefunden im orangenen Count, dann würden wir jetzt eine blaue 2 erwarten, da beginnen die Targets beim 0,382er, heißt bei den 3,1 Cent, das erwarten wir mindestens, eher in Richtung 0,5er bei den 2,6 Cent, kommen wir aber gleich auf dem kleineren Timefirm nochmal zu, um dann in der 3, 4 und 5 in die angesprochenen Targets dann hier hoch zu kommen. Trend-basiertes Fibonacci Retracement über unser blaues 1,2 Fiktiv angelegt, würde hier reinkommen unser 1,618er bei den 26,7 Cent, von dort aus dann eine 4 und eine 5 in unsere angesprochenen Targets hier, beginnend bei den 35,9 Cent für VeChain im Bullrun. Bevor wir jetzt hier in die genauere Analyse auf dem kleineren Timefirm einsteigen, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen oder eben auch Spot-Portfolio-Käufe tätigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up-to-date. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, so sehen hier die Signale aus, wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine finanzielle Anlageberatung, so traden wir, ihr könnt die Trades nachmachen, müsst das natürlich nicht. Wir traden auf Bidget, gibt es auch einen Link unten in der Videobeschreibung, da spart ihr euch natürlich in erster Linie einen Großteil an Gebühren, aber wir haben auch noch hier bis zum 8. April ein Event am Laufen, gilt sowohl für Neu- als auch Bestandskunden, die sich über unseren Empfehlungs-Code registriert haben. Da könnt ihr fast bis zu 1000 Dollar Boni hier einsacken, einfach gerne mal die Teilnahmebedingungen in einer ruhigen Minute durchlesen. Sonst Talk & News Gruppe ebenso verlinkt, wenn ihr euch für den Austausch in der Community interessiert oder einfach kleinere Trade-Ideen und Updates von unserer Seite aus Intraday, heißt zwischen den Videos, nicht verpassen möchtet. Gut, weiter geht's auf den V-Challenge-Chart und gehen wir runter auf den 4-Stunden-Timeframe. Aktuell eine Möglichkeit, wie gesagt, dass unsere blaue 1 bereits hinterlegt ist, und zwar im orangenen Count, hätten wir hier unten ein 1, 2, 3, 4, 5 reinbekommen, mit unserem Top wäre dann unsere orangenen 5 gefunden und dementsprechend auch unsere blaue 1 und würden dann jetzt in unsere blaue Wellen 2-Korrektur verfallen. Wenn das so wäre, dann würden wir das Ganze hier so teilen, dass wir hier einmal eine W nach unten bekommen haben, da hat sich auch seit dem letzten Video nichts dran geändert, würden jetzt hochkommen in der türkisen X in dem Fall, um dann jetzt in der Y nochmal abzuverkaufen. Unser Golden Pocket, was wir auch in dem letzten Video bereits gesprochen hatten, kam ordentlich Resistence rein, sind aber nicht allzu weit abverkauft, dementsprechend haben wir das H jetzt nochmal rausgeholt. Jetzt wird es einfach interessant, umso höher wir natürlich jetzt kommen, umso unwahrscheinlicher wird dieses Szenario. Sollten wir aber jetzt die kommenden Stunden hier abverkaufen, jetzt mal hier nochmal unsere Lows rausnehmen oder in den kommenden Tagen, dann sieht es schon wirklich sehr danach aus, als würde es sich um dieses Szenario handeln. Heißt W nach unten, X nach oben, jetzt dann die Y und da können wir uns auch mal ganz kurz hier unsere Targets einmal reinladen, wenn das der Fall sein sollte, dann würde nämlich hier ein sehr schöner Überschneidungsbereich bei unserem blauen 0,382er hier reinkommen, ja Kombi, jetzt muss ich ganz kurz selbst nochmal anlegen, genau, hier im Kombi mit unserem 0,382er in blau bei den 3,1 Cent, das wäre der Bereich, den wir jetzt erstmal für Support anfokussieren würden. Heißt wir würden dann das Ganze counten im W, X, Y hier nach unten und dann wird es einfach interessant, entweder ist dann hier tatsächlich mit diesem Hit dann unsere blaue 2 schon gefunden, dann würden wir jetzt hier eben ganz wichtig einen Impuls nach oben bekommen, wenn wir den aber nicht reinbekommen, heißt das wir hier nur korrektiv nach oben kommen, dann sehr wahrscheinlich, dass es sich hier um ein W, X, Y, X, Z handelt, dann würden wir nochmal ein bisschen tiefer fallen und dann würden eben die vorhin genannten Targets hier beim 0,5er oder sogar Golden Pocket relevant werden, dann heißt das natürlich nochmal hier einen ordentlichen Abverkauf für V-Chain. Sonst 0,382er wäre an sich die nächste Haltestelle für diese blaue Welle 2, wäre nochmal ein 30% Abverkauf, 0,5er sogar ein 40% Abverkauf, wenn wir tatsächlich hier bis runter kommen, nochmal ein 50% Abverkauf, wir fokussieren hier 30 bis 40% an, heißt unsere Region hier 0,382er bis 0,5er, wenn es sich hier um diesen Count handelt. Für die Personen, die jetzt das letzte Video auch schon gesehen haben, vielleicht wundern die sich, warum hier dieser Count jetzt hier verschwunden ist, der ist einfach nur ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, im Endeffekt sowohl bei dem als auch bei dem gerade davor erwarten wir jetzt aber in beiden Fällen erstmal ein Lower Low und dann wird es einfach interessant, kriegen wir jetzt hier einen größeren korrektiven Move rein, dann kann man das Ganze hier im ABC counten, aktuell der Einfachkeit halber würden wir sagen, okay es handelt sich um ein WXY, dann nächste Haltestelle, wie gesagt unsere 3,2 Cent. Was ist unsere Alternative, wenn wir jetzt tatsächlich hier unsere Bereiche nach oben und raus verlieren, da gehen wir mal gerade auf den 4 Stunden Timeframe, denn wir können das Ganze hier übergeordnet noch ein bisschen anders counten, machen wir unseren Bärischen Count aus und den Bullischen Count ein, hier unten das Orangene 1,2 genau dasselbe, nur teilen wir unsere Orangene 3 ein bisschen anders in den grünen Count, heißt hier eine 1,2 starke 3, 4,5 eben nach oben, heißt mit unserem Top wäre in diesem Count unsere Orangene 5 noch nicht gefunden, sondern erst die Orangene 3, hätten dann hier eine 4 reinbekommen und würden jetzt ein letztes weiteres Higher High eben hier benötigen. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal unsere Orangene 1 schnappen, an die Orangene 4 anlegen, 1-to-1 Ratio, nächste Haltestelle bei den 5,7 Cent, geht hoch bis zu den 6,4 Cent, und wir würden hier ganz klar das Augenmerk auf das 1-to-1 Ratio legen und dann würden wir erst hier mit diesem High eben unsere Orangene 5 ausbilden, dementsprechend hätten wir dann erst unsere blaue 1 gesehen und würden dann erst in unsere große Korrektur runterkommen. Das wäre aber nur dann relevant, wie gesagt, wenn wir hier auf dem kleineren Timeframe jetzt unsere Targets, die ich euch gerade gezeigt habe, hier rausnehmen, heißt hier mal sagen, wenn wir, also spätestens eigentlich, wenn wir das 0,7,8,6 hier rausnehmen bei den 4,9 Cent, oder sagen wir mal, wenn wir die 5 Cent Marke noch um und raus verlieren, dann sehr wahrscheinlich, dass dieser Account hier invalidiert wurde, heißt, dann würden wir ein neues Higher High brauchen, dann die angesprochenen Targets im Blick behalten, sonst erwarten wir, bis das eben passiert, weiterhin einen Abverkauf im WXY, dann ganz starkes Augenmerk hier auf die 3,2 Cent Region, auch eben für mögliche Spotportfolio Käufe oder auch Long Trades, da kennt ihr aber das Spiel, halten wir euch auf jeden Fall in der kostenlosen Telegram Signalgruppe UpToDate. Heißt immer zusammengefasst, es gibt aktuell zwei Optionen, Option 1, wenn wir jetzt hier Zeit nach abverkaufen, WXY nach unten, dann 0,8,2 im Blick behalten, wird dann interessant, kriegen wir hier einen Impuls hoch oder einen Korrektiven Move, wenn Korrektiv dann noch ein Low, wenn Impulsiv kann das hier schon gefunden sein, oder wir nehmen jetzt unsere Bereiche raus, was natürlich auch möglich ist, jetzt über die Osterfeiertage, aber eher unwahrscheinlich unserer Meinung nach, dann würden wir hier ein letztes Higher High anvisieren und dann können wir uns nochmal ganz kurz hier die Bereiche reinladen, die dann hier relevant werden würden, 5,7 Cent bis maximal 6,4 Cent, um von dort aus dann erst in unsere blaue 2 runter zu kommen. Das soll dann der Stelle auch schon gewesen sein, wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support, gerne mal ein Like und einen Kommi da lassen und damit würde ich sagen, Trading und er ist raus, wir hören uns entweder später in der Talkgruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, ciao.